Bäm, Freunde, da sind wir wieder mit den MMA-News am Mittwochabend. Für Old German Sterling gibt es keinen Weg zurück ins Bantam-Gewicht. Ist Islan Makachev überhaupt gar nicht verletzt? Und Colby Covington wird von einigen Fans bei einem Basketballspiel verarscht. Das und noch einiges mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir springen sofort rein und fangen heute an mit Old German Sterling, der ganz klar Stellung bezogen hat und meinte, Freunde, es gibt für mich keinen Weg zurück ins Bantam-Gewicht. Ich möchte dieses Gewicht nicht mehr machen. Und er spricht ein bisschen über so eine kleine Konversation, die er mit einem seiner Manager hatte, der unter anderem auch 135 Pfund auf den Tisch gepackt hat. Und da hat Sterling gesagt, lass uns die Konversation bitte sofort hier in eine andere Richtung lenken. 135 Pfund, Bro, liegt hinter mir. Habe ich keinen Bock mehr auf diesen Cut? Er sagt, ich wollte den Cut schon beim letzten Fight nicht mehr machen. Aber, und da unterbricht er sich selber ein bisschen, bevor jetzt wieder einige schreien, boah, jetzt fängt er mit den Ausreden an. Belassen wir es einfach dabei. 135 Pfund liegt hinter mir. Er ist froh, wieder zurück zu sein. Er fühlt sich erfrischt, revitalisiert, hat wieder richtig Bock. Brock ist bei 100 Prozent und möchte jetzt sein Glück in der neuen Gewichtsklasse versuchen. Er sagt selbst, es ist für ihn eine etwas merkwürdige Situation. Er ist definitiv etwas nervös, weil er jetzt nicht mehr der größere Fighter sein wird. Also das räumt er durchaus selber ein. Wobei er auch sagt, er hat bei diesem Weight Cut und dann auch beim Rehydrieren einiges am Gewicht liegen gelassen, also mit dem er eigentlich kämpfen möchte. und ist sehr gespannt darauf, wie er aufräumen wird bei 145 Pfund, weil er hier natürlich auch Historisches leisten möchte. Also Sterling sagt, wie ich finde, ein paar sehr, sehr interessante Sachen. Unter anderem deutet er so ein bisschen an, der letzte Cut, der ist schon nicht einfach für mich gewesen. Und wenn man ihn sieht im Trainingscamp, auch nach den Fights und dann immer kurz auf der Waage, also der ist wirklich furztrocken austrainiert, einfach wird das mit Sicherheit nicht sein. Aber Weight Cut ist natürlich eine Entscheidung, die durchaus jeder Fighter für sich trifft. Ich verstehe das Problem dahinter. Wenn es einfach 80, 90 Prozent machen, hast du realistisch gesehen häufig gar keine andere Möglichkeit, als mitzuziehen, als mit dem Strom zu schwimmen. Wenn du dann wirklich gerade vielleicht noch als Grappler diesen Gewichtsvorteil nicht hast und ganz im Gegenteil sogar noch einen Gewichtsnachteil hast, könntest du ein paar Probleme haben. Das adressiert Sterling ja hier selber auch, indem er sagt, er ist schon ein bisschen nervös. Da werden jetzt einige sagen, so spricht quasi ein klassischer Weight-Bully. Sterling natürlich ein großer Mann fürs Band, haben Gewichten kräftiger, ein schwerer Mann. Aber zumindest stellt er sich jetzt der Herausforderung und kann entweder bestätigen, warum so viele Leute einen Weight Cup machen oder einige eines Besseren belehren. Es gibt ja durchaus auch Beispiele von Fightern, die aufgestiegen sind und wo es dann deutlich besser lief. Wenn ich vergleiche Robert Whittaker im Weltergewicht und Robert Whittaker im Mittelgewicht, das sind echte Welten. Und da ist er deutlich erfolgreicher gewesen, als er diesen harten Cut nicht mehr hatte. Gegen Calvin Cater, UFC 300, soll ja die Veranstaltung sein, wo er sein Debüt feiern wird. Ich bin gespannt auf Sterling bei 145 Pfund. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob so ein paar der Probleme, die er bei 135 Pfund hatte, und das sind für mich nicht allzu viele bei Sterling. Ja, ein unorthodoxer Striker, das sieht jetzt nicht immer super elegant aus, aber es ist halt sehr, sehr effektiv. Böse Zungen würden jetzt behaupten, die Regeln weiß er durchaus zu seinem Gunst zu drehen an einigen Momenten. Nur mal mit dem Knie halt auf dem Boden, dass er weiß, im Normalfall, wenn der Gegner nicht Piotr Jan heißt, bist du da safe und kriegst das Knie dann nicht in die Schnauze. Aber worauf ich hinaus wollte, Ausdauer, Nehmerqualitäten. Also wie gut er einzelne Treffer wegsteckt und wie fit er noch in Runde 4, in Runde 5 ist. Ich glaube, das waren Dinge, die Sterling doch hat liegen lassen, wie er das selber ausgedrückt hat, bei einem Weightcut. Und die könnten jetzt natürlich komplett anders aussehen oder deutlich weniger zum Tragen kommen bei 145 Pfund. Auf der anderen Seite, die Jungs dort sind größer, die Jungs dort schlagen im Schnitt härter. Auch Grappling wird mit Sicherheit nicht einfacher werden. Sterling ist 34, steht für mich nach wie vor in der Blüte, wenn man sich rein körperlich ihn betrachtet. Hat natürlich auch ein paar Verletzungen, hat ein Problem, das wollen wir nicht außen vor lassen. Aber jetzt für mich der richtige Zeitpunkt aufzusteigen. Einmal die Bühne seinem Freund zu überlassen, im Band am Gewicht, Merab, der sich lang genug hinter ihm angestellt hat, jetzt zu sagen, okay, such du deine Chance. Ich versuche mein Glück bei 145 Pfund. Ich wage einfach mal eine Prognose. Ich kann mir vorstellen, dass Sterling einen ähnlichen Lauf hinlegt, wie im Band am Gewicht. Also vielleicht gegen Cater gewinnt. Dann relativ schnell vielleicht sogar einen Titleshot bekommt. Den gewinnt, vielleicht ohne super zu überzeugen. Ich muss dazu sagen, Sterling, der ist für mich eher sympathischer geworden, als jetzt viele immer auf ihn draufgehauen haben. Ja, es gibt einige Punkte, wo ich mir auch im Kopf kratzen muss. Also er jetzt zum Beispiel sich beim Grappling beschwert hat, über die Regelauslegung. Und viele gesagt haben, du hast die Regeln auch immer so für dich ausgelegt, beim normalen MMA-Kampf. Aber ich weiß nicht, Sterling hat häufig Dinge rausgehauen, die für mich auch Hand und Fuß hatten. Also ich will jetzt kein Hater sein, ich will jetzt irgendwie nicht das Ganze schon vorher mit einem negativen Stempel aufdrücken. Aber ich kann mir vorstellen, dass er erfolgreich ist, aber ähnlich wie im Band am Gewicht. Der Erfolg spricht zwar für ihn, aber die Art und Weise, dass wieder viele meckern werden. Und dann haben wir irgendwann Sterling mit 36, zwei Gewichtsklassen, zwei Titelsiege, zwei vielleicht sogar mehrfache Titelverteidigungen. Und trotzdem werden alle sagen, so richtig überzeugt bin ich trotzdem nicht von Sterling. Ein Debüt, das eigentlich wie gemacht ist für Michael Vennon Page. Ein herausragender Striker, der mit Kevin Holland zur Begrüßung einen Gegner bekommt, der sich in der Vergangenheit schon auf solche Gentleman Agreements eingelassen hat und gesagt hat, okay, keine Takedowns, wir werden das Ganze nur im Stand austragen. Glaubt man jetzt Michael Vennon Page, darf man daran zweifeln. Denn er sagt, ich bin natürlich absolut bereit, so ein Gentleman Agreement einzugehen, aber er sehe sich selber als schnellere, härter schlagendere, gefährlichere Version von Wonderboy. Und deswegen glaubt er nicht, dass Kevin Holland dort auf denselben Deal eingehen wird wie bei Wonderboy, dass man vorher sagt, hey komm, wir halten es einfach nur im Stand. Er glaubt, dass er alles tun wird, jedes Mittel nutzen wird, was ihm zur Verfügung steht. Ich meine eigentlich logisch, es ist ein MMA-Kampf, sollte von jedem die Strategie sein. Und dass er dann versuchen wird, entweder auf einen Takedown zu gehen und Michael Vennon Page sagt, ich hab definitiv dann schon ein Knie parat, um ihn zu bestrafen. Die meisten sollten wissen, wie gefährlich meine Knie sind. Ich glaub, Cyborg kann davon ein Liedchen singen. Und ja, dass er nicht davon überzeugt ist, dass Kevin Holland auch nur im Stand gegen ihn kämpft. Er garantiert aber, selbst wenn wir keinen Finish sehen, wir werden verrückte Kicks sehen, einige harte Schläge und einfach eine gute Show. Ich glaube, Vennon Page versucht, da so ein bisschen Kevin Holland an der Ehre zu packen, ihn etwas zu kitzeln, sein Ego etwas zu provozieren, indem er sagt, ja, gut gemacht mit Wonderboy, aber der hat schon gesehen, wie er von Wonderboy auf die Mütze bekommen hat. Was soll ich dann erst mit ihm machen? Geht er, glaube ich, nicht ein. Als Fan sage ich natürlich auch, Freunde, geile Nummer. Das sind zwei spektakuläre Striker, die sehr, sehr viel Spaß machen und wenn die wirklich so ein Gentleman Agreement eingehen, profitieren wir, glaube ich, als Fans davon. Kevin Holland, ja, Schwarzgurt, BJJ und kann sich auf dem Boden definitiv auch verteidigen, auch wenn ihm Page hat über die Jahre gezeigt, dass er sich da weiterentwickelt hat und nicht mehr nur ein eindimensionaler Kickboxer ist, aber das ist mit Sicherheit nicht die Stärke, die wir bei beiden sehen. Das ist nicht das Feld, wo wir sagen, da freuen wir uns drauf. Wenn wir einen Kevin Holland gegen MVP-Fight hören, dann denken wir, glaube ich, alle an gute Konter, an Kicks, an Knockouts, an Niederschläge und einfach an eine gute Show im Stand. Aber als Coach von einem der beiden Fighters oder, was heißt Coach, einige werden sagen, Paco, bleib mal am Boden der Tatsachen, als Wasserträger, meinetwegen, würde ich auch sagen, versuch die Chancen zu nutzen, die du hast. Versuch ihn zu verunsichern, versuch, man muss ja nicht zwangsläufig immer auf einen Double-Leg-Taketown gehen, so wie das Ben Eskren gegen Masvidal versucht hat, schon vom einem Ende des Käfigs zum anderen, aber man kann ja den Clinch suchen, man kann ja versuchen, den Rücken zu holen, man kann mal versuchen, einen Slam zu machen, man kann einfach die Gefahr des Takedowns in den Kopf des Gegners pflanzen, dass der nicht von Anfang an weiß, okay, hier wird jetzt nichts passieren, das wird eine lästige Nummer für mich, ich bleibe im Stand, Takedown-Verteidigung brauche ich nicht, sondern, oh hoppla, der wird auch auf einen Single-Leg-Takedown gehen, der wird mich packen, der wird mich slammen und auf dem Boden wird er versuchen, mich zu zermitten. Ich persönlich glaube auch, dass es nicht so kommen wird. Ich glaube, dass Kevin Holland im Stand bleiben wird, ähnlich wie gegen Wonderboy, dass das klappen wird, was MVP hier vorhat, ihn etwas zu kitzeln und die UFC, die wird sich freuen. MVP, ich habe das an anderen Stellen schon gesagt, für mich ein Ticken zu spät in den Zug der UFC eingestiegen, aufgesprungen, wie auch immer. Ich glaube, vor vier oder fünf Jahren wäre das noch deutlich interessanter gewesen, MVP hier zu sehen. So glaube ich, der Vorhang ist gefallen, das heißt, man weiß, wenn man ihn jetzt nicht gegen Kevin Holland packt, sondern gegen irgendjemanden aus der Top 10, der auch sein Grappling nutzt, dann wird es schwierig, es wird nicht unmöglich, MVP hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er natürlich auch schlampige Take-Down-Versuche bestrafen kann, dass er auch wieder auf die Beine kommen kann, aber das wird das Mittel sein, um diesen Mann zu neutralisieren, um ihn zu besiegen. Auf der anderen Seite, Kevin Holland ist, glaube ich, nochmal eine Ecke jünger, war er natürlich auch gegen Wonderboy. MVP kann jetzt beweisen, dass er wirklich der gefährlichere, der schnellere, der härter schlagende Fighter ist, im Vergleich, nicht nur zu Wonderboy, weil gegen den kämpft er ja nicht, sondern auch im Vergleich zu Kevin Holland. Es wird, glaube ich, ein gelungenes Debüt sein, die Frage wird, also ein gelungenes Debüt im Sinne von Entertainment, wenn er gewinnt, cool, die Frage ist, in welche Richtung geht es danach, ob Sieg oder Niederlage. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass MVP hier noch irgendwie versucht, Richtung Titel zu kommen, weil dafür ist gerade das Weltergewicht einfach strategisch vom Skillset für ihn sehr, sehr problematisch aufgebaut. Ein Rachmaninoff, ein Gilbert Burns, ein Belal, gut Leon Edwards, obwohl beide Engländer sind, glaube ich, würden die um Titel natürlich gegeneinander kämpfen. Das wäre vielleicht vom Striking noch die interessanteste Nummer, aber passt alle, die drumherum gebaut sind, natürlich auch noch ein Kamaru Usman, wären sehr, sehr problematische Gegner, was das Grappling betrifft. Und von daher kann ich es mir schlecht vorstellen. Ich sehe ihn auch mehr so als einen so In-Betweener, ähnlich wie Kevin Holland. Mittelgewicht, wenn dann ein guter Fight ansteht, Weltergewicht, wenn ein guter Fight ansteht, da kann ich ihn mir vorstellen. Aber richtig, jetzt nochmal einen Title Run zu starten, ich weiß nicht, sehe ich das so kritisch? Wie ist eure Meinung? Ich glaube, dass das für MVP unrealistisch ist und man ihm da eher solche Fights geben sollte, die für die Zuschauer Spaß machen. Wenn er dann natürlich von diesen, ich sag mal, Spaß-Fights 4, 5 gewinnt, kann man immer noch sagen, okay, komm, Top 5, Top 3 Mann, testen wir es einfach mal. Vielleicht ist ja der eine Treffer wieder dabei, dass man vielleicht doch einen Titelkampf machen kann. Ich sehe das Ganze aber eher skeptisch. Ja, was denn jetzt, wie wir in Duisburg zu sagen pflegen, ist er jetzt verletzt oder ist er nicht verletzt? Dana White hat ja gesagt, okay, Islam kuriert aktuell noch eine Verletzung aus. Das selber hat übrigens auch der Coach von Charles Oliveira gesagt, über den wir gleich noch sprechen werden. Islam hat dann erstmal direkt so ein paar Muscle-Ups gezeigt an so einer Klimmzugstange und jetzt halt auch, hier sehen wir es, 10. Januar, ein Post rausgehauen, 8. Juni, UFC-Pay-Per-View gegen Gagey, im November, Madison Square Garden gegen entweder Oliveira oder gegen Amman Saroukian, also den Sieger, und im Februar gegen, ja, wer auch immer sich da positioniert hat. Also einmal ist ja auch nicht die Rede von Abu Dhabi, was vielleicht viele freuen wird, weil einige jetzt sagen, kämpft er jetzt gefühlt irgendwie nur noch da. Wobei, dazwischen hat er ja auch mal in Australien gekämpft. Aber das hat jetzt wahrscheinlich bei einigen für ein bisschen Stirnrunzeln gesorgt. Ali Abdelaziz, der hat sich auch geäußert und der hat gesagt, eigentlich sah der Deal vor, am 9. März Islam kämpfen zu lassen. Dort hat man jetzt Sean O'Malley. Man rechnet vielleicht immer noch damit, dass vielleicht O'Malley abspringt und Islam dann noch kurzfristig angerufen wird. Aber er braucht natürlich ein bisschen Vorbereitungszeit. Februar wäre zu früh gewesen. Danach, Fastenzeit, hätte das für ihn nicht geklappt während der Vorbereitung bei UFC 300 zu kämpfen. Deswegen gibt es dann nur die Möglichkeit später zu kämpfen. Islam will aktiv sein, will kämpfen. Dieser Zeitplan innerhalb von einem Jahr hat er ja gesagt, diese drei Fights, die er haben möchte. Ali Abdelaziz gibt sich bescheiden, wie wir das gar nicht so häufig kennen und sagt. Ich weiß nicht, inwieweit meine Meinung da eine Rolle spielt. Aber er glaubt, dass Justin Gaethje sich diesen Fight verdient hat und dass auch Islam gerne gegen Gaethje kämpfen möchte. Ich meine, da gibt es natürlich jetzt im Sinne von meiner ehrlichen Meinung einen kleinen Interessenskonflikt zwischen der aufrichtigen, ehrlichen Meinung von Ali Abdelaziz, die wir ihm jetzt einfach mal abnehmen wollen und seinem Portemonnaie und seinem Kontostand. Denn sein Portemonnaie und sein Kontostand haben natürlich ein großes Interesse daran, dass dieser Fight zustande kommt, einfach weil Ali, Manager von Biden, von Justin und von Islam, doppelt bezahlt wird. Von daher ist das für ihn definitiv eine Win-Win-Situation. Ich kann es verstehen, aber es ist natürlich auch seine Rolle als Manager, für beide Klienten das Beste rauszuholen und das ist in diesem Fall natürlich ein Titelkampf für Justin Gaethje und bei Islam kann der ein oder andere sagen, oh, wer die Grappling-Verteidigung auf dem Boden gesehen hat von Justin, da hätte ich auch Bock gegen ihn zu kämpfen. Aber, sag ich nochmal, unterschätzt, Justin Gaethje nicht. Der wirft Bomben, der hat gutes defensives Wrestling im Stand, wenn es dann auf den Boden geht, glaube ich. Da wird es schwierig für ihn, aber da musst du ihn auch erstmal hinbringen. Also, was ist jetzt los mit denen? Hat er einfach keine Ahnung, wer da verletzt ist? Gab es eine kleinere Verletzung? Hat man einfach nur Charles Oliveira diese Nummer erzählt oder seinem Team, um für ein bisschen Bewegung zu sorgen und zu sorgen, dann nimmt man einen anderen Fight an. Der Champion ist gerade verletzt, also bleibt vielleicht lieber aktiv. Riecht so ein bisschen danach für mich. Ist jetzt natürlich dann nicht gut für die UFC, wenn der Fighter, oder für Dana White, wenn der Fighter, über den er gerade gesagt hat, ja, der ist leider verletzt, dann Klimmzug-Übungen macht und eigentlich mehr oder weniger damit sagt, ich bin topfit und könnte direkt reinspringen. Als Champion, glaube ich, kann man einzelnen Fightern durchaus zugestehen, dass die ihren Zeitplan haben. Wenn er den so einhält, gibt es, glaube ich, auch wenige, die damit ein großes Problem haben. Wenn er wirklich im Juni kämpft, im November kämpft und dann wieder im Februar, dann ist das sehr aktiv. Auf der anderen Seite sind das natürlich nur Worte. Taten sind immer deutlich mehr wert, wenn man da einfach aktiv ist und häufiger kämpft, wobei man sagen muss, 2023 im Februar war es, glaube ich, gegen Volkanovski und später sollte der Fight gegen Charles Adervera kommen, da kann jetzt Islam nichts für, wenn Charles Adervera mit einem Cut verletzt ausfällt, dann gab es halt nochmal Volkanovski, aber das war zweimal zumindest in einem Jahr aktiv. Also da kann man ihm, glaube ich, jetzt erstmal nichts vorwerfen, dass der Zeitplan jetzt für ihn so nicht passt. Gut, sei es drum. Ob Gagey jetzt noch nach vorne springen wird, ob das sowohl Oliveira als auch Sarukian akzeptieren werden, da ist jetzt halt die Frage. Weil ich glaube, man kann durchaus im April kämpfen und wenn man verletzungsfrei geblieben ist, dann im Juni wieder einsatzbereit sein. Ist es vielleicht ein bisschen zu früh, man hätte gerne etwas mehr Zeit, dann kann man vielleicht verhandeln, dann kann man sagen, wir bieten dir den Fight an und wenn dann das Team von Sarukian und Oliveira sagt, nee, gib uns lieber ein bisschen mehr Zeit, vielleicht gab es auch eine kleine Verletzung, dann kann man diesen Fight machen, aber ich glaube, die UFC, die spielt da schon ein Spiel, wo man nicht aufrichtig ist zu allen Parteien, weil irgendwo muss es haken. Es gab entweder nur ein Missverständnis, dann wird das leicht aufgeklärt werden oder die UFC hat irgendein Team da einen Bären aufgebunden und sowas kommt dann jetzt halt irgendwann doch raus und sorgt dann vielleicht für Verstimmung bei einigen Leuten. Wenn das Ganze so kommen wird, wie Islam das jetzt hier skizziert, könnte ich als Fan sehr, sehr gut damit leben. Übergang passt, wir reden über Charles Oliveira. Dessen Coach hat sich zu der Entscheidung geäußert, warum habt ihr diesen risikoreichen Fight gegen Sarukian überhaupt angenommen und er sagt selber auch, ja, Charles' Fokus lag eigentlich komplett auf dem Gürtel und wenn Makachev kämpfen wird, dann soll der Gegner auf jeden Fall Charles heißen, aber es ist viel passiert und hier sehen wir halt, Islam ist immer noch verletzt, sah für mich jetzt nicht so aus, auch die Aussage von Islam deutet in keinster Weise irgendwie darauf hin und daneben, da sagt er, es gibt halt auch noch den Fastenmonat, gibt Ramadan und es wäre für Charles einfach riskant gewesen zu warten. Natürlich Nummer 1, ehemaliger Champion, aber in der Zwischenzeit hätte irgendwas anderes passieren können. Wenn Charles diesen Fight nicht angenommen hätte, hätte Sarukian vielleicht gegen Gaethje, vielleicht auch gegen Porrie, ich glaube da hinten auch die wenigsten gedacht, dass er den Fight gegen Bruno Hasson Tenet annimmt und dann gibt es plötzlich einen wunderbaren Knockout in der ersten Runde, beide hatten auch schon mal einen Kampf, Islam und Amman, da war Amman noch deutlich jünger, plötzlich fangen viele Fans an zu fordern, zu reden, der Hype ist da, es kann also sehr schnell gehen, dann wäre er vielleicht vor Charles gesprungen und das wäre dann einfach ein Risiko gewesen. Deswegen wollte er nicht warten und er will natürlich auch aktiv bleiben, wollte jetzt nicht so eine lange Auszeit nehmen. Der Coach hätte nicht damit gerechnet, sich auf Amman Sarukyan jetzt so schnell vorzubereiten, aber nachdem jetzt die Kampfankündigung kam, studiert er ihn natürlich und wird einen passenden Gameplan ausarbeiten. Passender Gameplan, da zucken auch einige mit den Schultern und sagen sich, Moment mal, Olivera geht doch einfach nur feuerfrei rein und lässt seine Skills den Rest regeln. Ja, ich glaube schon, dass die da einige Sachen einstudieren, das ist ein Coaching-Team halt auf hohem Niveau, das ist ein Weltklasse-Fighter, wäre fatal, wenn der in jeden Fight komplett gleich rein geht, sondern da wird man sich schon die ein oder andere Eigenheit von Sarukyan herauspicken und sagen, hey, guck mal, der lehnt ja den Kopf immer in die Richtung und dann könnten wir das als Antwort darauf bringen. Für mich eine schlüssige Erklärung, warum man den Fight gegen Sarukyan annimmt, Charles Oliveira, für mich keiner, der großartig dieses Spielchen eigentlich immer gespielt hat. Der hat gegen unglaublich viele Gegner in seiner Karriere gekämpft und nicht immer nur nach oben gegriffen, was die Rankings angeht, sondern in einigen Momenten vielleicht auch sogar zu viel angenommen. Aber daneben natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt, was ihm jetzt zugutekommt, weil der Mann ist ja noch nicht alt, wie alt ist er? 31, 32, 33, ich glaube irgend so was in diesem Radius, unglaublich viel Erfahrung schon mitgenommen. Auf unglaublich hohem Niveau kämpft er schon sehr, sehr lange und das kann sich vielleicht gegen Sarukyan bezahlt machen. Aber das ist natürlich die Kehrseite von so einem Fight. Ein Tony Ferguson lässt da vielleicht ein bisschen grüßen. Wenn man ein vielleicht unnötiges Risiko eingeht, obwohl man warten könnte, kann der Schuss natürlich auch nach hinten losgehen. Ich glaube aber hier nicht so sehr bei Charles Oliveira, weil der einfach für mich so das personifizierte Stehaufmännchen ist. Selbst wenn jetzt Sarukyan kommt und ihn auseinandernimmt, wie er es jetzt mit Benil gemacht hat, Charles wird glaube ich zurückkommen. Charles wird immer einmal mehr aufstehen, als er hingefallen ist und ich glaube Niederlagen, die Statistik juckt ihn nicht. Ich glaube er hatte, wie viel hat er? Acht? Hat er acht Niederlagen? Sieben, acht? Ich weiß jetzt nicht ganz genau wie viele. Dem ist das egal. Er sagt, ich bin ein Top Fighter, ich werde immer wieder nach oben kommen. Natürlich kann es sein, dass andere Fighter dann einfach schon weitermachen, woanders hingehen. Islam wird glaube ich nicht mehr ewig kämpfen. Ich glaube, Charles Odevere wird deutlich länger noch dabei sein im Leichtgewicht der UFC als Islam Makachev. Das ist jetzt nur meine persönliche Prognose. Aber ich glaube, wir Fans feiern das ja. Dass ein Fighter das Risiko hier auch geht und einfach sagt, komm, geben wir Sarukyan die Chance, schauen wir mal, aus welchem Holz er geschnitzt ist, wenn es gegen die ganz großen Jungs geht in dieser Division und liefern wir den Fans einfach nur eine geile Show. UFC 300 nimmt ja langsam Vormann. Wir haben gleich noch ein absolut irres Gerücht, was ich einfach nur mit reinnehme, um zu zeigen, in welche Dimensionen wir jetzt schon gehen. Charles Odevere nimmt das Risiko an. Vielleicht hat die UFC ein bisschen nachgeholfen mit, Islam ist verletzt und kann nicht kämpfen. Unabhängig davon, glaube ich, werden wir einen Klasse-Fight serviert bekommen. Und damit kommen wir zu einem Kampfgerücht, was Michael Bisping gestreut hat. Und ich bin ehrlich, ich sage euch das jetzt vorab, ich habe nirgendwo anders was über diesen Fight gelesen und Bisping für mich macht hier einfach nur Klicks. Sorgt hier einfach nur für, hey, lass uns doch mal drüber reden. Er bringt Brock Lesnar ins Gespräch und natürlich nennt er da Fakten und Brock Lesnar zieht immer noch Augen, bringt immer noch Leute dazu, ein Pay-Per-View zu kaufen, obwohl er mittlerweile 46 Jahre alt ist. Dann nimmt jetzt der gute Michael Bisping den Vergleich mit Randy Couture da mit 7 wird es noch gekämpft hat. Ja, natürlich wird man immer Fighter finden, die auch noch im höheren Alter aktiv waren. Ich glaube, Juel Romero wird mit 60 noch kämpfen und mit 60 besser in Form sein als ich heute. Das ist aber, glaube ich, nicht der Maßstab. Er glaubt, Michael Bisping, dass durch UFC und WWE diese Fusion, dass das einfacher wird zu verhandeln. Da hat er mit Sicherheit einen guten Punkt. Und er sagt, erklärt mich für verrückt oder als großen Fanboy von Tom Aspinall, aber wie verrückt wäre das, wenn die beiden gegeneinander kämpfen. Ich wage mich jetzt nicht für die gesamte MMA-Community zu sprechen. Ich spreche jetzt einfach nur mal für mich. Das wäre sehr verrückt. Michael. Und Michael, als ob er dieses Video schaut. Und auch super unrealistisch. Brock mit 46 gegen einen 30-Jährigen, der jetzt absolut auf dem Weg nach oben ist, der Knockout-Power hat, der ringeln kann, der Grappling auf dem Boden beherrscht, der Submissions kann. Was ist genau der Mehrwert von Brock Lesnar, sich in so einem Fight für 4-5 Millionen abschlachten zu lassen? Ich glaube, den Mehrwert gibt es in diesem Fall nicht. Ja, Bisping hat einen Punkt, in dem er sagt, die Verhandlungen werden leichter und Geld bringt Leute immer dazu, etwas zu tun, was sie vielleicht nicht unbedingt wollen. Aber hat Brock es so nötig? Also, ich kenne jetzt seine finanzielle Situation nicht, aber ich denke, da gibt es gesündere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Den Fight, komplett für mich eine Fabelgeschichte. Also, das wird nicht stattfinden. Da lehne ich mich mal relativ weit aus dem Fenster. Aber Brock Lesnar würde ich nicht grundsätzlich rausnehmen. Ich glaube schon, aus den genannten Gründen von Bisping, dass da eventuell was gehen kann, ihn zu mobilisieren. Einfach, weil, seien wir mal ehrlich, die meisten MMA-Fans, die wird das nicht großartig jucken. Die werden sagen, ja, gut, Brock Lesnar kann man sich geben, aber dafür kaufe ich jetzt wahrscheinlich keinen Pay-Per-View. Der Mann geht auf die 50 zu. Aber viele WWE-Fans werden sagen, oh, das interessiert mich doch. Wie schlägt sich Brock denn jetzt einige Jahre nach seinem letzten Fight in einem weiteren echten MMA-Kampf? Und ich halte es nicht für super unrealistisch, dass jemand wie DC vielleicht zurückkommt. Ein Fighter, der ebenfalls sich im Ruhestand befindet. Das ist für mich die einzige Möglichkeit. Auch nicht hoch, aber da würde ich 20-30% geben. Andere Nummern wie Espinel, wie Francis Ngannou, wie Jon Jones, nein. Ich glaube, das würde Brock nicht wollen und das würde sein Management ihm wahrscheinlich auch nicht machen lassen, geschweige denn die WWE, weil was haben sie davon? Wenn sie da ein Biest haben in der WWE, was man auch so aufbaut und der wird jetzt von Espinel innerhalb von einer Minute ausgenockt und auseinandergenommen. Es wird nicht so einfach, den dann weiter als Champion zu promoten. Aber ein Fight gegen einen DC, der auch mit Sicherheit nicht mehr in seiner absoluten Prime ist, körperlich, das ist eine Nummer, die ich mir vorstellen kann. Ist das der Preis, den man bezahlen muss? Ich meine, es ist jetzt kein großer Preis, es ist nicht viel passiert. Colby bei dem Basketballspiel, wahrscheinlich der Miami Heat, aber er geht mir nicht, wenn ich falsch liegen sollte, und von einem Fan empfangen mit, das ist Masvidals Stadt. Und wer bist du überhaupt? Und die anderen versuchen schon zu sagen, okay komm, entspann dich ein bisschen, vergiss nicht, das ist ein professioneller Fighter. Colby mit einer netten Geste dann noch, um zu zeigen, was er von ihm hält. Und ja, der Fan sagt halt, ich kenn dich nicht und ja komm, mach doch irgendwas, es ist Masvidals Stadt. Zwei Gedanken, die ich sofort dazu hatte, natürlich sind das die Konsequenzen, die du mit Trash Talk auf einem gewissen Level dann einfach, das kommt automatisch, dass Fans dann das Gefühl haben, die können dich herausfordern, dich beleidigen, whatever ihre Meinung sagt. Auf der anderen Seite kennen wir, also wissen wir ja auch, wie diese Welt funktioniert, wie die Menschen teilweise drauf sind. Du könntest, ich hab das mal als Vergleich gemacht, du könntest quasi der Heilige persönlich sein, wenn du jetzt ein Video hochladen würdest auf YouTube, wo du einfach nur zeigst, Freunde, ich mach jetzt hier wirklich aus Wasser Wein, völlig gratis, packe ich euch das Rezept rein, keine Monetarisierung auf dem Video, keine Werbung, bei einer Million Klicks, es würde auch einen Daumen runter geben, weil immer einer dabei ist. Und es ist immer ein Fan dabei, der irgendwie meint, provozieren zu können. Hat sich Colby mit seinem Trash Talk an einigen Punkten es verdient, dass vielleicht auch ein gewisser Backlash kommt, gerade von Fightern? Meiner persönlichen Meinung nach, ja. Nicht unbedingt, dass es jetzt körperlich werden muss, aber dass es da irgendwo eine Reaktion gibt und der jetzt nicht überall beklatscht wird, wo er hinkommt, logisch. Als Fan wäre ich da allerdings immer vorsichtig, denn unabhängig davon, ob Colby jetzt vielleicht im letzten Fight nicht gut aussah oder ob man das Gefühl hat, ey, guck mal, Masvidal, der hat dir eine verpasst, du hast eine Anzeige gemacht, was soll das denn, das gehört sich nicht für einen echten Feiter oder was auch immer. Egal, was da in den Kopf der Leute vor sich geht, du bist nicht Masvidal, derjenige, der da das Handy hält und drauf filmt. Colby würde dich im Krankenwagen nach Hause fahren lassen. Sehr wahrscheinlich. Vorbei ist Miami, ich weiß nicht, wie sicher die Straßen da sind, vielleicht zieht dann auch eine Argumente, wo man keine jahrelange Kampfsportausbildung für braucht, sondern was ein bisschen schneller geht. Aber worauf ich halt hinaus will, ich finde, dass es immer noch wichtig ist, sich ein bisschen zusammenzureißen. Auch wenn da ein Feiter vor einem steht, den man vielleicht nicht mag. Da aber nicht zu vergessen, hey, die ganzen Leute, die um uns herum jetzt stehen, die Security-Leute, die Freunde vielleicht von Colby, die sind jetzt gerade nicht da, um ihn zu schützen. Die sind eigentlich jetzt alle hier und bieten mir den Schutz. Denn wenn jetzt Kamera nicht da wäre, die Öffentlichkeit nicht da wäre und keine Leute und wir würden hier alleine auf irgendeinem Parkplatz stehen, ich bezweifle, dass viele dann so einen Spruch raushauen würden, wenn nicht diese Komfortzone vom öffentlichen Schutz da wäre. Und das finde ich halt immer ein bisschen, ja, dann reiß dich zusammen. Wenn du einer bist, der sagt, hey, ich habe eine dicke Lippe selber, ich riskiere die und wenn er kommt, dann kommt er. Egal, ob professioneller Fighter noch nicht, okay, fair play. Ich glaube bei 99%, dass es aber nicht der Fall ist. Eine weitere kuriose Meldung aus der Kategorie, ich habe mich da so ein bisschen erinnert gefühlt an eine Geschichte von Jose Mourinho. Der, und ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendein Stürmer, mit dem er gesprochen hat und ich glaube, es war Balotelli, wo er gesagt hat, Mario, ich habe keinen anderen Stürmer auf der Bank, du hast eine gelbe Karte, bitte mach keinen Ärger. Bitte mach keinen Ärger, konzentrier dich nur aufs Spiel und zweite Halbzeit geht los, irgendwie Minute 46, ich übertreibe es jetzt wahrscheinlich, war wahrscheinlich Minute 49, gelb-rote Karte, Balotelli. So eine kleine Geschichte von Mourinho. Was hat das jetzt hier mit zu tun? Donald Trump war zu Gast bei, es war UFC 290 und den Fightern wurde eingehämmert, vor allen Dingen Draco Duplessis springt nicht über den Zaun. über den Zaun springen, rausgehen, ins Publikum, 10.000 Dollar Strafe automatisch, macht es nicht. Er sagt, das Letzte, was ihm gesagt wurde, bevor er rausgegangen ist, sei gewesen, nicht über den Zaun springen. Und er selber hat sich schon die Frage gestellt, was wollen die von mir? Ich bin noch nie über den Käfigrand gesprungen, warum sollte ich das tun? Liefert ab, gewinnt den Fight, sieht, dass Trump ihn grüßt, ihm applaudiert, Standing Ovations gibt. Was macht Duplessis? Die springt erstmal über den Käfig und dankt ihm. Und sagt dir, er ist ein ehemaliger Präsident, die Gelegenheit konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, ihn zu grüßen. Ich bin mir sicher, du hättest eine Gelegenheit bekommen, nach den Fights, wenn Trump noch im Gebäude ist, ihm, wenn du scharf drauf bist, ihm die Hand zu schütteln und dir die Danksagung da vielleicht nochmal für die geile Show, für den guten Fight abzuholen. Warum man da, warum da der Kopf komplett aussetzt und man einfach sagt, 10.000, mir egal. Ich meine, leisten kann er sich das wahrscheinlich, aber das, für mich sehr befremdlich. Kann ich da nicht nachvollziehen. Ich bin auch ein emotionaler Mensch, dass sowas dann einfach passiert, aber ich bin weniger so ein Mensch, der anderen jetzt hinterherläuft oder huldigen muss. Trump zieht abends genauso die Hosen aus wie jeder andere auch. Ich fand, das war einfach so ein klassischer, so ein klassischer Hirnfurz von Duplessis, dass er dem vorher quasi gebetsmühlenartig wiederholen, springe ich über den Zaun. Warum soll ich über den Zaun springen? Und die erste Gelegenheit, die für ihn irgendwie attraktiv erscheint, springt er über den Zaun. Freunde mal ehrlich, für UFC 300 ist der größte Konkurrent, den ich aktuell sehe, UFC 299. Da hat man jetzt, wir gucken uns gleich die Karte nochmal an, um wirklich mit der Zunge zu schnalzen. Aber wir haben noch einen Mann, der zusätzlich drauf ist. Robeles de Spain. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich finde, der Name klingt auch wie ein Gedicht. kubanischer Olympionike, der dort, ich glaube, die Bronze-Medaille geholt hat. Bronze ist für viele immer nicht so sexy, die sagen, wenn nicht Gold, dann Versager. Ja, ich glaube, der Junge ist richtig gut, was sein Striking angeht. Und er hat, glaube ich, seine letzten drei MMA-Kämpfe, er hat erst vier, die gingen insgesamt 20 Sekunden zu Ende. Also der hat es eilig. Der will nicht lange rumfackeln. 1,96, glaube ich, groß. Und er wird sein UFC-Debüt feiern gegen Josh Parisian bei UFC 299. Lange Rede, kurzer Sinn, wir schauen nochmal auf diese Card. O'Malley gegen Malone Vera. Dustin Poirier gegen Benoit Saint-Denis. Das heißt, wir haben zwei Fights, die auf fünf Runden angesetzt sind. Almeida gegen Curtis Blades. Möglicher, obwohl nicht möglicher, Title-Eliminator. Ich glaube, Espinel wird der nächste sein, der als nächster an der Reihe ist nach Stipe Miocic. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber nichtsdestotrotz richtungsweisend für einen der beiden Männer, dass es weiter nach oben geht und ein Pfeil, auf den ich mich einfach sehr freue, weil Blades, höllisch guter Ringer, Almeida, höllisch guter Grappler. Wenn die beiden aufeinandertreffen, vielleicht sehen wir einfach nur ein Duell im Stand, was einige Fragen bezüglich Almeida beantworten sollte. Gilbert Burns gegen Jack de la Madalena, Knallerfight, Holland gegen MVP, Macy Barber, Caitlin Chukagian. Nein, ich sage jetzt nicht, wir brauchen auch eine Pinkelpause, denn Macy Barber, glaube ich, definitiv wieder auf dem Weg nach oben. RDA gegen Matteo Scamrod, geile Nummer. Song Yadong gegen Piotr Jan. Lassen wir jetzt mal den kleinen Seitenhieb sein, dass Piotr Jan wahrscheinlich auf den Prelims von O'Malley kämpfen wird. Trotzdem höllisch guter Falten, Munoz gegen Kyler Phillips, der zurückkehrt in die UFC, Oleg Cechu gegen Michel Perra, Alma Baev gegen CJ Vegara und halt The Spain gegen Parisian. Es wird sehr schwer werden, rein von den Match-Ansetzungen, von den Namen für UFC 300, dann nochmal richtig einen draufzusetzen. Also das ist eine richtig gute Card. Jetzt muss sie natürlich auch noch abliefern, aber auf The Spain als Eröffnungsfight bin ich sehr gespannt und auch auf die anderen. UFC 299 droht, in Anführungsstrichen, ein richtig geiles Event zu werden. Hat Izzy da nochmal Glück gehabt? Zumindest hat sein Verteidigerteam versucht, genau darauf zu pochen, mit, wenn unser Klient jetzt verurteilt wird, könnte das schwierig werden mit seiner Karriere. Könnte er Sponsorendeals verlieren und kann in einige Länder vielleicht nicht mehr einreisen. Was ist passiert? Izzy wurde ja beim alkoholisierten Fahren erwischt. Das klingt immer so nach was Endgültigem mit Alkohol am Steuer gefahren. Dann denkt man sich immer, man hat einen, der hatte irgendwie 8 Promille und konnte seinen Namen gar nicht mehr sagen. Der war jetzt über der Grenze von 50, 50 Milligramm ist die Grenze, 87 hat er ja im Blut. Hat er wahrscheinlich überschätzt. Ich will das jetzt nicht schönreden, er hat ja selber auch gesagt, hätte ich mich nicht hinter Steuern setzen sollen, aber umgeht jetzt zumindest einer Verurteilung. Der Richter hat auch gesagt, aufgrund der großen Errungenschaften für unser Land und dass du bisher ein vorbildlicher Bürger gewesen bist, hier macht es uns das einfacher von einer Bestrafung abzusehen, aber ich glaube auch, dass Izzy jetzt nicht seine Karriere wäre zerstört gewesen, aber wenn du verurteilter Straftäter bist, hast du das in Kanada, ich glaube auch in den Vereinigten Staaten sehr schwer einzureisen. Das wäre mit Problemen verbunden gewesen. Die Verteidigung meinte auch, wenn er jetzt verurteilt worden wäre, gut möglich, dass einer der Sponsoren sagt, hey, wir haben es schriftlich festgehalten, wenn du dich nicht gut benimmst und so eine Nummer kommt, zahlst du die Hälfte der Kohle wieder zurück. Also da ist er nach Kugel ausgewichen, hoffentlich lernt er daraus. Und nochmal kurz was zu Kane Velasquez, der wird wieder nicht in der UFC kämpfen, aber zumindest als Coach oder als Teil des Teams bei Gabriel Benitez in der Ringecke stehen, der, ich glaube, gegen Jim Miller kämpfen wird bei UFC Fight Night 84. Neues Datum zu dem Prozess oder da neue Bewegungen gibt es noch nicht. Ich glaube, dass das aber alles Sachen sind, die für Kane Velasquez zumindest positiv ausgelegt werden. Hey, ich mache keinen Ärger, ich arbeite weiter in diesem Sport mit, als Coach, als Vorbild bin ich mit dabei, durfte sie ja auch ein bisschen die Ringerstiefel schnüren, während er jetzt hier auf freiem Fuß ist. Einige, die nach wie vor sagen, boah, Kane ging gar nicht, was er da gemacht hat, Selbstjustiz, ich als vielleicht auch als Vater einfach sage, ging absolut klar, was Kane Velasquez da gemacht hat. Ja, steinigt mich gerne dafür, dass ich in diesem Fall auch für Selbstjustiz bin, auch wenn er da einen Fehler gemacht hat und vielleicht einen Falschen getroffen hat, der nicht beteiligt war, aber ich will auch den Fall nicht nochmal aufrollen. Kane Velasquez bald wieder im UFC-Fernsehen zu sehen, hat auch was. Und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Wie immer danke ich euch sehr fürs Einschalten, passt auf euch auf, bis demnächst. Und let's fight!